Herzlich Willkommen bei einem neuen Vlog und wie man sieht gibt es wieder Post und öffnen wir das erstmal. Es ist bisher das größte und schwerste Paket das uns jemals erreicht hat. Ich bin wirklich mal gespannt. Es kommt aus Brühl, kann ich schon mal sagen. Mehr weiß ich nicht. Ich bin wirklich gespannt, weil ich gar keine Ahnung habe, was das sein könnte. Und wir wissen, dass es in ein Paket verpackt ist. Hier noch. Ein langer Brief, den lesen wir uns durch. Was ist das? Damit sie gleich platzen. Herrschaftszeiten. Was ist das denn alles? Ach du Scheiße. Ich glaube, da hat jemand ein ganzes Geschäft geplündert. Das können wir gar nicht alles zeigen. Was ist das? Hier. Ich liebe diese. Ein Zölzspier. Das ist ja schon mal für John steht hier. Ein Malzspier. Sehr coole Sachen. Also, was kann ich sagen. Vielen, vielen Dank. Also hier, ja. Ich glaube, wir haben jetzt und ganz wichtig während der Corona Zeit immer schön die Hände sterilisieren. Ja und Simone hinter der Kamera hat auch schon die Hand vom Mund. Also ich würde mal sagen, lieber die Hände vom Gesicht lassen. Ja, ich würde mal sagen, bevor wir hier aus dem Staunen gar nicht mehr herauskommen. Geht es erstmal los? Mit dem Vlog? Genau. Dankeschön, Aga. Vielen Dank. ganz lieben dank sven das ist ja der hammer was du uns hier geschickt hast also wahnsinn und ja also du hast auch ganz toll geschrieben die lind artikel kommen aus dem werk in aachen dort hast du uns ein paar artikel eingepackt von den klassikern bis nice to sweet you also ich werde schon ja mir läuft schon das wasser im mund zusammen wenn ich daran denke lind ist nämlich super lecker dann hansriegel bonn kenne ich als haribo diese leckereien kommen wie der name schon sagt aus unserer alten bundeshauptstadt bonn ja maoam gehört auch dazu ist auch dabei heißt das monschauer senf der wird hier irgendwo noch eingepackt sein ist in deinen augen der beste senf ist in familienbesitz so was finde ich immer sehr sympathisch und bier senf gehört zu deinen persönlichen favoriten ich bin sehr gespannt wie es uns schmecken wird ja und kölsch ist nicht nur die einzige sprache die man auch trinken kann das finde ich sehr lustig es ist ein obergäriges bier und stefan wird bestimmt testen und sehr gespannt schon drauf sein wie es ihm schmecken wird ja was hast du noch geschrieben ja genau kölschgläser sind was ganz besonderes für uns sind sie natürlich sehr klein und du hast geschrieben böse zungen sagen es seien reagenzgläser auch von mir ein ganz großes dankeschön für diese erlesene auswahl an kölsch spezialitäten hier haben wir auch die eben erwähnten reagenzgläser die kölschgläser finde ich sehr toll und hier ist sogar was für john dabei ein sunner malzbier wenn wir alles erstmal kühlen und dann nach und nach genießen und dieses hier das ist kein power aid das ist der schnaps vorweg und noch mal eben hier was ganz toll finde mir ist bewusst dass man den ein oder anderen artikel auch bei euch kaufen kann mir ist aber die geste wichtig und es soll auch ein zeichen dafür sein dass ihr drei uns alle unterhaltet für spaß und stimmung sorgt und dafür ein herzliches dankeschön ja da können wir auch nur sagen ja das schöne wetter ist verschwunden erst mal es ist ziemlich frisch geworden wieder in bremen trotzdem sind wir draußen wo geht es hin saturn denn wir haben was gehört und zwar und zwar dass ab heute oder weiß ich ob schon gestern war die läden auch wieder ihre volle verkaufsfläche geöffnet haben und ich brauche ganz dringend unseren drucker nämlich tinten patronen und johnny brauchst du auch irgendwas ich brauche nix aber wenn ich was sehe ich meine saturn gibt es ja coole playstation spiele ja dann weiß ich an ja gehen wir mal los haben wir alles dabei achso genau so seit acht wochen mal wieder rolltreppen fahren endlich ja das tut gut auch schon eine tasche ja wofür ist das steilig ja da kommen die sachen rein also man muss eine tasche mitnehmen genau damit die personenanzahl festgestellt werden kann dass man nur sich bestimmte anzahl von personen im geschäft befindet so erstmal gehen wir hoch zu meinen drucker patronen würde ich sagen oder so der erste einkauf seit vielen wochen ist getätigt drucker patronen das ist immer so teuer finde ich mal bei uns halten die dinger wirklich lange aber mal eben über 60 euro für ein komplett paket ist schon ziemlich teuer und dann gab es noch ein paar spiele ja für mich das spiel ich habe mir davon schon season 1 season 2 und an new fronter gekauft aber ich habe keinen bock die ganze disk zu wechseln alles ist jetzt auf dieser drauf und ich muss nichts machen und noch mehr glaube ich da sind noch mehr teile drauf als du hast oder bonus inhalte ja na gut 30 euro und hier ich habe mir für 20 euro assassin's creed geholt alte teile von ich habe die teile selber gespielt aber ich kenne sie noch nicht und wir haben sie auch noch nicht und daher da ich jetzt noch viel zeit haben werde bei dem misstwetter zu hause werde das mal ausprobieren so und jetzt geht es für mich sagen nach hause oder würde ich auch sagen oder irgendwas essen noch was gibt es heute mittagessen überhaupt hast du was gelesen in der küche was simone für uns vorbereitet und hier ist sie die horrornachricht schulen machen wir da auf bald war doch mal zeit muss ich mal sagen ach ist doch nicht so schlimm bildung kann man immer gebrauchen ja und du hättest sie brauchen sollen ja was gibt es zum thema homeschooling noch zu sagen also ich finde schon ziemlich schwierig für john weil es ja auch mal neue inhalte gibt die sie noch nicht in der schule durch sprechen konnten und die sind jetzt alle da wer muss erklären erklären ja musste nur meine eltern übernehmen aber was ich geschafft habe in zwei tagen habe ich mich mal angesetzt und dachte komm habe ich eine gammelwoche habe ich einfach in zwei tagen die aufgaben für die ganze woche geschafft perfekt freuen wir uns also auf die nachricht des tages so da haben wir unser mittagessen schon mal in schriftlicher form der rest kommt gleich raus ich habe mir einen schönen signature barbecue beef oder bacon wie da heißt geholt und ein big mac ja ich habe mir einen normalen standard genommen einfach zwei cheeseburger ohne gurkenscheiben ist einfach und nicht zu teuer und wie es sich gehört mittagessen ist man natürlich zu hause ja etwas noble hier und wir machen uns natürlich wie die allemannfamilie es eben macht wir machen uns mit tellern sache verteilen und ja guten appetit das ist eine echte besonderheit zum ersten mal in meinem leben werde ich jetzt einen mcdonald's burger auf einem porzellanteller oder von einem porzellanteller essen dank corona alles und dazu stil echt auf mcdonald's cola gläsern ein kühles getränk so groß und und den ganzen kram ja so wollen wir sehen was und simone zugedacht hatte eigentlich zum essen zum frühstück wie hier sehe oder lese hätte es nur knack und back mit schoko gegeben auch schon mal nicht schlecht aber wir haben wir das frühstück ausgelassen zum mittagessen hätte simone ihre hamsterkauf vorratskammer geplündert hätte dann raviolis gegeben na ok hätte ich auch essen können ich mag ravioli ja ich mag die auch aber ich kann die auch nicht so oft essen von daher bei mcdonald's von john schon eine sehr gute entscheidung muss ich mal sagen gut und das nächste mal wenn wir essen gehen da haben wir uns nämlich schon einen tisch bestellt in unserem paulanas wo wir immer hingehen wo wir jetzt schon glaube ich acht oder zehn wochen oder noch länger nicht gewesen sind mal sehen wie das da so abgeht wenn am nächsten montag von jetzt aus gesehen wo wir gerade filmen die restaurants in bremen wieder öffnen ja die outdoorssaison hat begonnen und passend dazu haben wir auch ein Feld bekommen das so um die 30 kilo wiegt und als wenn das nicht schon reicht habe ich auch irgendwie gerade ein bisschen was im hals zum glück ist kein corona aber wir haben dazu auch noch zwei schlafsäcke bekommen und eine luftmatratze die sich von selber aufbläst und ja ich dieses zelt biegt so viel ich frage mich wie hat stefan das überhaupt die treppen hier hoch bekommen wir wollen das nämlich jetzt auch gleich hier aufbauen wir haben ja auch genug platz und ja pennen tun wir heute nicht drin glaube ich aber ich kann mich ja schon mal drauf freuen und das ist auch um die drei meter hoch und ich bin gespannt ja und da ist es wieder das typische geräusch des frühlings der rasen wird gemäht erstmal bevor wir das zelt darauf aufbauen können warten wir also noch einen kleinen augenblick ja 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 bis dann ja bis dann bis ben bis dann ich bis dann bis dann bis dann bis belaut bis. Bis zum nächsten Mal. So, eine Stunde später. Das Zelt ist aufgebaut. Wenn man das bisschen geübt hat, glaube ich, dann ist das auch nicht mehr so schwierig. Dann braucht man dann vielleicht nur die Hälfte der Zeit. Das war ein bisschen doof, weil die Anleitung dieses Zeltaufbaus sehr spärlich war, sag ich mal. Ist ja mal schon das alleine, würde ich sagen, wenn wir mal Zelten fahren sollten. Ja, witzig. Das haben wir zusammen kaum geschafft. Aber erst mal nach der Arbeit ein Kakao. Tja, früher hat man aufgepumpt. Heute gibt es Strom. Man muss nur einen Knopf drücken. Ja, und wie immer gibt es eine Roomtour. Also bis jetzt haben wir eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Aber was halt cool ist, in diesem Zelt kannst du einfach, musst du nicht die ganze Zeit hoppen. Hier kannst du einfach aufrecht stehen. Und ja, das Einzige, was ich bis jetzt zeigen kann, ist das Bett, wo ich auch nochmal gleich Probe liegen werde. Ich war noch nicht drauf. Bin gespannt. Weil sonst bin ich nur auf so Luftmatratten gepennt, die halt wirklich nur so waren oder so. Keine Ahnung, auf Übernachtungs-Partys und so. Hier haben wir vorher auch noch so eins machen. Das müssen wir aber selber aufblasen. Also auf die altmodische Art macht es natürlich auch der Alte. Der Stefan. Wie bitte? Ja. Ich glaube, ich träume wohl. Tust du nicht. Hier oben sind noch solche Fenster, die man irgendwie öffnen kann. Ich bleibe jetzt lieber vorsichtig. Und hier sind auch noch so Luftlöcher. Ich glaube, das machen wir alles noch nicht auf. Ich habe ein bisschen Schiss, dass alles kaputt geht. Aber, oh, das ist gemütlich. Das fühlt sich so ein bisschen an, keine Ahnung, als wenn, so ein bisschen, als wenn man fliegt, aber noch so auf einer eigenen Ebene ist. Also das ist das gemütlich. Ja, und Stefan muss draußen bleiben, weil er seine Schuhe anhat. Genau. Ja, Stefan ist fast fertig. Nur ein Haken hat die ganze Sache. Ich glaube, das hier muss hier durch. Ja, ich sehe schwarz. Ich nicht. Das geht schon. Kein Problem, sag ich doch. Kein Ding für den King. Alles neu irgendwie. Also wir freuen uns. Das erste Mal jetzt seit Wochen wieder essen gehen. Und ja, ich weiß auch nicht, schlechtes Gewissen. Ja, nein. Ich glaube, man fühlt sich erst mal richtig unbeschwert wieder. Und ja, die Abstandsregeln werden hier eingehalten. Wenn man zur Toilette geht, muss man sich hübsch machen und sich ein bisschen verkleiden. Und sogar die Speisekarte kann man mit einem QR-Code öffnen. Genau, da muss man nichts anfassen. Dann wird das hier einfach aufs Handy eingegeben. Und ja, John hat mir auch erst mal erklärt, wie das funktioniert. Ja, muss man heutzutage leider. Ja, könntest du mir auch mal was erklären. Und ja, jetzt hoffe ich aber erst mal Durst. Und ich freue mich über die neue Unbeschwertheit. Prost! Also die Geräuschkulisse, die hier herrscht, die ist wirklich so, als wäre nie was gewesen. Es ist gleich wieder so, wie es immer gewesen ist. Und ich habe mir heute zum Essen etwas bestellt. Da habe ich mich noch vor wenigen Jahren davor geekelt. Solange, wie ich denken kann, mochte ich nämlich keinen Spargel. Ja, und hier ist er. Also hier mag ich ihn, weil er hier bissfest gekocht wird. Und ich kenne es von zu Hause, wo ich Kind war. Da hat man den Spargel auf eine Gabel gemacht. Und der hing runter wie zwei Zöpfe bei Pipi Langstrumpf, sage ich mal. So, was haben die anderen hier? Ich habe Lachs. Ich habe mal was genommen, was ich noch nie hatte. Aber ich habe es schon mal bei jemand anders gesehen und fand es total appetitanregend. Und ja, ich lasse es mir auch schmecken. Und du? Ich habe Chicken Nuggets mitgebracht. Und da war ja noch was. An dieser Stelle beenden wir das Video mit frem Mund. Ähm, deswegen kurz Pause. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen netten Kommentar da. Die bösen Kommentare, vergleift ihr euch einfach. Ja, ja, tsch. So, ihr könnt am nächsten jetzt die Hand auf den Mund halten. Geht aber nicht. Seid mir mal lieber vorsichtig. Spaß. An dieser Stelle beenden wir das Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr das Video natürlich liken und abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss. 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 Tschüss.